Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Rico Repan. Ich greife ein älteres Thema auf, nämlich das Einblenden von Gitternetzlinien in einer Tabelle, beziehungsweise auch natürlich das Ausblenden in, und da halten Sie sich fest, in meinem ersten Video mit Office bzw. Word 2016. Als erstes füge ich eine Tabelle ein, indem ich hier oben auf Einfügen klicke und klicke einfach mal auf Tabelle und kann hier die Anzahl der Zeilen und Spalten wählen. Sobald ich mit der linken Maustaste hier raufklicke, öffnet sich das kleine Menü und ich kann in der Tabelle arbeiten. Als erstes gebe ich persönliche Daten ein. Kleiner Fehler, macht nichts. Können wir ja jederzeit löschen. Dann gehe ich hier rüber. Rico Repan. Worstel in der Kuhle 4. 29,646. Sie sehen, ich bin etwas verrutscht. 29,646 bis pingen. Das hing damit zusammen, dass ich auf meiner Tastatur die Zahlentastatur nicht angeschaltet hatte. Deshalb bin ich in die erste Zelle zurückgewandert. Sollten es sich hier um einen Lebenslauf handeln, kann ich Ihnen einfach nur empfehlen, tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse mit ein. Es kann ja sein, dass Sie Ihr Ansprechpartner ganz schnell erreichen will. Und vergessen Sie natürlich nicht Ihre Telefonnummer. Wenn ich mir das Ganze jetzt in der Seitenansicht anschaue, das habe ich hier oben mal eingebaut, über diese Schaltfläche, Seitenansicht und drucken, kann ich sehen, dass diese Gitternetzlinie mitgedruckt wird. Das möchte ich allerdings nicht. Ich klicke hier oben auf das kleine Kreuz und die gesamte Tabelle ist markiert. Sollte das kleine Kreuz nicht da sein, dann markieren Sie einfach die komplette Tabelle, indem Sie bei gedrückter linker Maustaste drumherum fahren. Hier oben in dem Menü Rahmen können Sie kein Rahmen stellen. Schwierig ist natürlich jetzt die Weiterbearbeitung, weil Sie nicht wissen, wo ist da eine Zelle zu Ende. Zumal, wenn Sie dann auch noch die Absatzmarken ausgeschaltet haben, sind Sie fast verraten und verkauft. Einziger Anhaltspunkt ist dann nur hier oben das Lineal oder dieses Lineal. Sie haben diese Tabelle noch markiert, deshalb gehen Sie mal bitte hier in dieses Menü Layout unter Tabellentools und dort können Sie die Gitternetzlinien anzeigen lassen. Diese Gitternetzlinien werden nicht mitgedruckt. Ich beweise es Ihnen hier oben wieder über Seitenansicht und Drucken. Und Sie sehen, die werden nicht mitgedruckt. Ja, ich hoffe Ihnen wieder mal ein wenig weitergeholfen zu haben und wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß mit meinen Videos. Ihr Rico Reepan Ja, ich hoffe Ihnen wieder mal ein wenig weitergeholfen.